Soll ich dir mal Musik vorspielen von der Zeit, vor deiner Zeit? Ja. Ich hab das mal abgefeiert, als ich so fünf war oder so. Als ich so fünf war, ist eine ganz andere Phase in deinem Leben. Ja. Will the real Leandro please stand up? I repeat. Will the real Leandro please stand up? Nicht so gut. Nicht so gut? Das ist Eminem, Mann. Kenn ich nicht. Ja, das ist cool. Gut, ne? When the pimps in the crib, drop it like a sword. Also übersetzt heißt das, wenn die Zuhälter in der Bude sind, lass fallen, wie als ob es heiß ist. Gut. Nee, länger. Nuuuuute. Nuuuute. Ja. Und ja. Da kann ich immer noch eine Stimme selber sehen. Ho AB-LUTTI. Ich habe dich nicht gut gemacht. Ich habe dich bloßessen.